Aufnahme läuft, Freunde. Was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem ich etwas ankündigen möchte bzw. eine Veränderung mit euch teilen will. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen und es ist sehr wichtig, dass ihr den Titel genau lest. Und zwar werde ich in der Zukunft nicht mehr alles spenden, was mit Twitch verdient wird. Und kurze Erklärung, bisher war es so, alles was ich mit Twitch quasi verdient habe, wurde gespendet. Und ich werde jetzt mal nebenbei auch mal meine Statistiken aufrufen, dass ihr mal seht, wo das gerade monatlich aktuell so liegt. Und dann will ich erklären, warum ich jetzt zukünftig nicht mehr alles spenden werde. So, jetzt gehen wir als erstes mal in meine Übersicht rein und dann zeige ich euch erstmal jetzt, wie es die letzten 30 Tage, wenn hier angezeigt, aussieht. Da seht ihr, ich habe 243 Euro mit Twitch verdient, letzten Monat, die letzten 30 Tage. Und ich war in den letzten 30 Tagen, speziell in den letzten zwei Wochen, schon aktiv. So, warum jetzt die Veränderung? Bisher war es so, dass ich das immer alles gespendet habe. Entweder mal bei den Mönchen. Wir haben schon eine Aktion von Alexei, ein Künstler, der im Krankenhaus war, haben wir mal gesammelt. Da habe ich, ich glaube, 800 oder 1000 Euro rein. Dann haben wir anderen Streamern schon einen elektrischen Stehtisch gekauft. Dann haben wir auf Twitch hier und da gespendet. Also da sind schon, ja, sind schon ein paar tausend Euro haben wir mit Sicherheit schon gespendet. Und warum jetzt die Änderung? Ich sage es euch. Wir haben im Team besprochen, dass wir nächstes Jahr einmal im Monat ein Online-Event machen wollen, von zwei bis drei Stunden. Wer mir schon länger folgt, kennt diese Online-Events. Ich habe die immer Suminare genannt. Die kosten dann im Schnitt so 20 bis 50 Euro irgendwo dazwischen drin. Es sind dann immer so etwa 100 Leute, die da zuschlagen, manchmal mehr, wenn man die Aufzeichnung noch kaufen konnte. Und diese Online-Events, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich gerne gratis machen. Das heißt, dass ihr keine 20 bis 50 Euro zahlen müsst und ich würde das gerne gratis zur Verfügung stellen. So, ich würde das sehr gerne auf Twitch machen. Jetzt ist das aber schon auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Denn bei so einem Event, sage ich euch, bleiben immer so 3.000 bis 5.000 Euro hängen. Nicht mit dem, was ich danach anbiete. Dass ich sage, Leute, ihr könnt auch in die Academy, einen Sonderdeal. Das rechne ich nicht mit rein. Sondern alleine durch das Event sind das immer so 3.000 Euro. Im Schnitt. Vielleicht sogar eher mehr. Und ihr zahlt für so ein Event quasi, keine Ahnung, 30 Euro im Schnitt etwa. Und wenn ich das jetzt alles über Twitch mache, das erste Event werde ich am 28. machen. Und das ist schon gratis. Und wie gesagt, ich würde es gerne alles über Twitch machen. Wenn ihr live dabei seid, kostet es euch keinen Cent. Und wenn ihr die Aufzeichnung wollt, bezahlt ihr einfach diese 5 Euro im Monat. Könnt ihr jederzeit kündigen. Das ist ein Abo für Twitch. Das kostet 5 Euro. Wenn ihr das mit Amazon Prime irgendwie verknüpft, sogar 0 Euro. Das ist gratis. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, ich glaube, auf die letzten 30 Tage auf alle Aufzeichnungen zuzugreifen. Also nicht nur diese einmaligen Events, die eigentlich 30 Euro kosten, sondern auch immer, wenn ich live bin. Ich gehe jetzt zum Beispiel gleich im Anschluss live und stelle meine wertvollsten Apps, Tools und Softwares vor. Und dieses Geld, was ich mit Twitch verdiene, werde ich zukünftig nicht mehr alles spenden. Weil, wenn ich das wirklich mache, dass ich alles live auf Twitch mache, weißt du, da gehen diese 3.000 bis 4.000 Euro fehlen. Die kriege ich mit Twitch niemals rein. Ihr habt gesehen, 300 Euro sind es. Aber trotzdem, davon will ich nicht alles spenden. Ich will dieses Geld, was ich bei Twitch verdiene, und ihr kennt mich, ich setze es ja wieder ein, in Streamlabs, in den Discord-Server upgraden oder was auch immer. Das wird ja immer wieder, fließt das Jahr ins Unternehmen. Ich bin ja keiner, der mir dann eine schöne Uhr kauft oder so irgendwas. Selbst das könnte ich ja tun, aber so ticke ich ja nicht. Und ich möchte das wieder reinvestieren. Okay, wir werden noch Spenden machen, auf jeden Fall. Das fühlt sich geil an, hier und da mal, bei Streamern. Aber ich möchte mich nicht mehr verpflichtet fühlen, jetzt, wo ich so viel gratis machen möchte. Da ist es noch nicht durch. Aber ich möchte mehr gratis auf Twitch machen. Ich will mich nicht verpflichtet fühlen, dass ich dann alles wieder spenden muss. Sondern es soll so ein bisschen von Herzen kommen. Und wenn ich, weiß ja, will ich mal über das, was bei Twitch reingekommen ist, wir haben das über so ein extra Account auf PayPal, dann will ich vielleicht mal den Discord-Server upgraden. Und jedes Mal, wenn ich es bisher mit diesem Twitch-Account-Geld bezahlen wollte, habe ich mir überlegt, ja, es ist doch für Twitch. Aber ich habe ja gesagt, eigentlich für Spenden, ich mache es nicht und so. Ich war so hin und her gerissen. Und jetzt mit diesem Video will ich einfach sagen, dass nicht mehr alles gespendet wird. Ob ihr dann meinen Kanal abonniert, ihr werdet es von mir auch nicht mehr hören. Ja, alles, was, wenn ihr hier ein Abo dalasst, es wird alles gespendet. Das habe ich jetzt monatelang immer gesagt. Das werde ich nicht mehr sagen. Weil es nicht mehr stimmt. Ganz einfach. Ein Teil davon, ja. Aber ich werde das Geld auch einsetzen, um euch noch mehr Gratis-Content anzubieten. Für diejenigen, die neulich beim Stream dabei waren, ich will jetzt sogar haben, dass man sammelt während meinen Livestreams Kanalpunkte. Wenn man einfach nur da ist. Und ich möchte auch haben, dass ihr diese Kanalpunkte, wenn ihr da einiges angesammelt habt, könnt ihr euch bei mir im Store was raussuchen. Mein Buch oder so. Können die Kanalpunkte einlösen. Also ich habe da noch mehr vor. Und so gewinnen einfach alle. Und es ist wirklich mein Ziel, so viele, wenn jetzt sogar alle Online-Vorträge gratis auf Twitch darzustellen. Und dann lohnt sich für euch auch ein Abo. Noch viel, viel mehr. Wie gesagt, 5 Euro im Monat. Wenn überhaupt, Amazon Prime, Gratis-Abo. Das wollte ich mit euch teilen, dass ihr da in der Zukunft informiert seid. Und ich werde jetzt in der Zukunft auch einfach dieses Video verlinken. Wenn irgendjemand eine Frage hat, sag mal, du wolltest doch alles spenden, warum ist es nicht mehr so? Dann hier die lange Erklärung. Die kurze Version kann ich dann immer noch auf Twitch erklären. In diesem Sinne, Freunde, ich schneide jetzt das Video, lade es hoch und danach gehe ich live auf Twitch und stelle meine geilsten Apps, Tools vor, was ich die letzten Wochen so gefunden habe. Wie gesagt, wenn du den Kanal abonniert hast, kannst du das dann alles auch als Aufzeichnung anschauen. In diesem Sinne, also wenn du den Twitch-Kanal abonniert hast. Das ist für viele noch verwirrend. Ein Follow auf Twitch ist gratis, kostet nichts. Ein Abo, 5 Euro im Monat. Mit Amazon Prime verknüpft nichts. Und wenn du ein Abo hast, siehst du alles rückwirkend noch. Wenn du folgst, ist es ganz normal. Wirst du einfach nur informiert, wenn ich live bin. Aber ich werde noch einiges erklären zum Thema Twitch für die ganzen Neulinge da draußen. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns.